Willkommen zu einer Folge SKYPPP mit dabei der Marci. Hallo. Ja, ist auch schon wieder ordentliche Zeit her. Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt wann. Aber lange Zeit, schon mindestens drei Monate hätte ich mir behauptet. Ja, das ist auf jeden Fall ja, haut hin, denke ich mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und Nerox Waze macht ja auch leider Gottes nicht mehr so viel Spaß wie vor ein, zwei Jahren. Und Marci spielt auch generell nicht mehr so oft Minecraft. Genau. Was machst du so aktuell? Immer noch arbeiten? Genau. Momentan ist ja der Ausgangs... Verbot. Ja, Kontaktverbot. Habt wahrscheinlich jeder hier in Deutschland oder auch an die Zuschauer, die aus Österreich oder Schweiz kommen. Sollten das in die Richtung ja auch kennen. Ich meine, in Bayern ist es ja extremer als bei mir, ne? So mit der Ausgangssperre. Ja, auf jeden Fall ein wenig vorausschauender. Naja, gut. Habe jetzt auch nichts zu sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal zwei Wochen frei. Also die fragten sich ja auch so, ja, was macht man in der Zeit und so? Nix. Gammeln einfach nur. Ja, genau. Gammeln und zocken. Wie auch immer. Ist auch mal richtig so. Einfach mal so random zwei Wochen Urlaub bekommen. Ist schon geil. Aber bei so einer Situation schon in die Kacke. Ich meine, dann findest du auch mal ein bisschen Zeit wieder für dich. Kann sich mal entspannen. Intime Zanz. Äh, was? Äh, was? No homosexual? Ja, einfach generell. Ist ja mal cool. Aber ist auch blöd, dass man nicht wirklich was machen kann. So draußen oder sei es in den Urlaub fahren oder fliegen kann oder... Keine Ahnung. Brauchst du dich jetzt in den Tippet, Alter? Ja, jetzt frage ich mich auch, wo du hingegangen bist. Ja, an der Insel, glaube ich. Ich bin auch auf der Insel. Aha, guck mal, da sehe ich dich doch hier. Hey, ach nee, das ist in der Perlen, hä? Ah, ja. Doch. Das ist schön, du, ja. Ja, ja, hier, hier, lass mal erst mal mich ein Potion trinken. Ja, hallo? Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich keinen Stress. Du bist echt gemein manchmal, ne? Du bist echt manchmal eine miese Ratte. Und dafür wunderst du dich dann, warum du dann immer so schnell stirbst, ne? Ich schwöre, ich bin gleich zu... Ja, ich weiß, weil du keinen Helm hattest. Ja, 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 so nicht, Alter, so nicht. Wie in den alten Zeiten, Alter. Ich weiß so manchmal, wo du echt nach zwei Minuten wirklich sofort gestorben bist und dann hast du den Rage-Einfall deines Lebens, gehst dann runter, stirbst nochmal und dann, äh, fragst du dich immer, warum du tot bist. Frag ich mich immer noch. Ja. Warum ich jetzt fast gestorben wäre. Ja, ich weiß. Geh weg. Nee, ich will nimmer. Ach, du bist ein mieses... Du bist echt ein mieser Harald manchmal, ne? Ja. Bist du tot? Nee. Warum? Warum? Darum. Gefährliche Ecke an der Stelle. Äh! Ja? Äh! Das kann doch nicht sein! Wo haben die... Wo haben die... Wo zum Fick... Haben die diese... Wo haben die zum Fick ihren scheiß Tod, Alter? Du fliegst runter, so... Das ist das Geile an Tomatencraft. Du fliegst runter und wenn die Enderperle noch ankommt, dann kannst du noch überleben, aber what the fuck. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Ich spring nochmal runter. Also, wenn ich jetzt runterspringen würde vom Sworn... Luke is easy. Halt das Maul. Ich spring von... Ich spring von Höhe 215 runter auf 106. So, warte mal. Ich guck mal jetzt. Ey, Real Talk, das fuck mich jetzt schon wieder ab. Luke is so easy. Halt die Schnauze. Wir wissen beide, dass ich besser bin. Du Boast bleibst immer noch wie so ein Idiot. Ja, ja. Du läufst dann wieder weg. Ja, ja. Aber grad wieder gesehen. Ich zieh euch einfach ein, du. Ja, klar. Ja, okay. Guck mal jetzt hier. Fast der niedrigste Punkt auf der Map ist schon bei... Warte. Bei 97. Ich spring runter. Der Tod ist bei 50. Also, liebes Nerox Waze Team, ne? Ich weiß ja nicht, was ich da schon wieder verkackt hab, dass normalerweise man bei 0... Es ist bei jedem Server eigentlich so, dass man bei Höhe 0 stirbt. Aber hier ist es bei 50. Korrekt, dass man noch eine Chance hat zum Überleben. Außer man pölt sich die ganze Zeit weg wie ein Idiot. Aber, ähm... Lasst ein Like da. Bis dann.